Herzlich willkommen zu unserem Podcast Crypto & More. Eine Geschichte, die sich jetzt, ich glaube, um die anderen mal so ein Bild zu nehmen, glaube ich, seit sechs Monaten ungefähr hinzieht. Ich versuche es seit, glaube ich, oder wir versuchen seit einem halben Jahr hier einen Podcast irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Irgendjemand hat immer Termine gehabt. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Pünktlich zum Sommerloch, kann man so ehrlicherweise sagen, im Kryptomarkt oder überall. Ja, wir starten in den Crypto & More Podcast. Hier wird es vor allem darum gehen, einerseits alltägliche Dinge, alltägliche Geschichten, alles zum Thema Krypto wollen wir natürlich noch mit reinbringen. Thema Mindset, wie fangt ihr mit dem Trading an? Was hat uns am Anfang vor allem, sage ich mal, vielleicht gefehlt? Was hat uns im Endeffekt dazu jetzt gebracht, wo wir im Endeffekt heute stehen? Was hat uns zu Multimillionären gemacht? Genau, was hat uns zu Multimillionären gemacht? Nee, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin kein Multimillionär. Ich bin leider auch immer noch kein Millionär. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Auf jeden Fall soll es einfach darum gehen, euch einen besseren Einblick mal so zu geben, auch zu aktuellen Themen. Und ja, wie gesagt, ich plane das jetzt schon seit sechs Monaten. Die Idee steht seit sechs Monaten. Und um hier mal so ein kleines Grußwort rauszutun an Chris, vor allem aus meiner Community. Ich glaube, der Chris weiß, wer angesprochen ist. Ihr wisst, Bagu und ich hatten auch so unsere Meinungsverschiedenheiten und so. Und er hat mich dann im Endeffekt auch auf die Idee gebracht, sage ich mal, auch so einen Podcast im Endeffekt auf die Reihe zu tun. Ich bin so seit eineinhalb Jahren ungefähr auch so ein bisschen im Podcast-Ding drin, höre mir selber Podcasts an. Es hilft auch extrem viel. Und genau so einen Mehrwert wollen wir drei euch im Endeffekt da draußen jetzt auch zukünftig einfach geben. Wie gesagt, alle möglichen Themen, gibt eigentlich keine Themen, die wir jetzt auslassen werden. Wir haben schon eine Reihe an Themen auch rausgesucht, die wir jetzt so von Woche zu Woche veröffentlichen werden. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Vorschläge habt, auch für Podcasts, entweder könnt ihr zu uns in die Gruppen kommen oder halt, ich weiß nicht, ob mal bei Spotify oder Apple, aber das Video wird sowieso danach nochmal, immer ein paar Tage später noch auf YouTube dann veröffentlicht, schreibt es da einfach drunter. Oder jeglicher Kommentar ist erwünscht. Auf jeden Fall schon mal gerne. Ich glaube, einen Podcast kann man auch liken und abonnieren. Würden wir uns drei auf jeden Fall schon mal freuen, wenn ihr das schon mal machen würdet. In der heutigen Folge geht es erstmal so ein bisschen um, ja, kennenlernen, vorstellen von uns drei. Und ja, genau, damit würde ich auch erstmal so einen kleinen Übergang dann. Fang mal an mit dir, Bagu. Ich glaube, du bist eher noch so, von uns drei, sage ich jetzt mal, so ein bisschen der Unbekannteste. Außer, sage ich mal, in unserer Community da ein bisschen mehr bekannt. Und, äh, aber ja, stell dich einfach gerne mal vor. Klar, natürlich, äh, ich habe natürlich keinen eigenen YouTube-Kanal. Mein, mein kleiner, mein Mini-Twitch-Projekt, was ich mal hatte, das ist ja auch, ähm, im Grunde genommen dann eingeschlafen, beziehungsweise hatte ich einfach keine Zeit mehr für, und auch nicht mehr so die Energie. Ich habe ja, mich hat es ja damals, ähm, auch mehr oder weniger rausgekegelt aus dem, äh, nach dem Bullrun, wo dann alles nur noch runterging. Und es gab keinen Boden, keinen Boden, keinen Boden. Äh, da war ich, hatte ich ja auch eine längere Auszeit, also, wo ich eigentlich fast überhaupt nicht mehr aktiv war. Ich weiß nicht, Manu, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, da habe ich zeitlang, glaube ich, gar nichts mehr geschrieben. Es ging sogar so weit einmal, dass Manuela bei mir privat angerufen hat und gefragt hat, ob es mir noch gut geht, weil ich ja vorher super aktiv auch gewesen bin, während des ganzen Bullruns im Jahr 2021, wo ich angefangen hatte mit Traden. Und ja, also, ähm, man sieht hier auch schon so ein kleines graues Haar, glaube ich, bei mir hier durchscheinen. Also, ähm, Krypto ist auf jeden Fall eine stressige Angelegenheit und ich habe mir einfach, äh, irgendwann gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Stress, ich habe keinen Bock mehr auf Daytraden, ich, äh, mache jetzt das, was ich mir eigentlich immer, oder schon seit ganz langem immer mal vorgenommen hatte zu tun, nämlich Swingtraden, ich habe keinen Bock mehr auf diese Reihen raus, auf diese tägliche auf den Chartglotzen. Ich bin eigentlich nur noch langfristig unterwegs, gucke hauptsächlich auf den Weekly, vielleicht manchmal noch auf den Daily oder so. Und, ähm, ja, genau, also ich bin nicht so der typische Daytrader, also mal was ganz anderes, als das jetzt, was, 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 was Manu und Puzzles wahrscheinlich beide machen. Ich glaube, die sind beide mehr so auf dem Daily unterwegs, beziehungsweise im Stunden- und Vierstunden-Chart. Und, äh, das, ähm, deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt hiermit so dabei, weil ich das Ganze ein bisschen um so diese langfristige Komponente vielleicht ergänze und vielleicht einfach auch ein bisschen was von meiner Erfahrung, die ich jetzt in der ganzen Zeit, die ich jetzt in Krypto schon dabei bin, was jetzt immerhin auch schon gut zwei, zweieinhalb Jahre sind, ja, noch dazu beisteuern kann. Gerne, natürlich. Ja, ich glaube, das sind... Und natürlich muss man bei mir auch immer damit rechnen, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme und dass ich auch, ähm, wenn, wenn was unklar ist oder was auch hinterfragen oder dass ich auch Dinge hinterfrage, wenn jemand hier was sagt, wo ich nicht ganz mit einverstanden bin oder so, äh, wo man halt einfach immer so ein bisschen Diskussions, äh, Grundlagen dann auch hat, wo man drüber reden kann. Das finde ich aber auch gut. Ich glaube, wir sind alle drei, ähm, komplett unterschiedlich, was so, ähm, einerseits die Trading-Sachen anbelangt, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich ja gesagt habe, es geht nicht nur um Trading, wir werden auch so ein bisschen so Investment-Angelegenheiten und sowas alles mal ein bisschen durchnehmen. Ich glaube, da sind wir drei relativ gut aufgestellt. Ich bin eher so, ich habe eine komplette andere Herangehensweise als du zum Beispiel, Benji, äh, oder als René, der eher Elliot Wellen und sowas macht, aber ich glaube, das kann er jetzt selber machen, ich will jetzt hier nicht zu viel vorspoilern, aber das, den Part kannst du jetzt mal übernehmen, René, stell du dich jetzt mal vor. Ja, ich bin auf YouTube bekannt als Puzzles-Analytik, stellenweise werde ich Puzzles genannt oder auch Joe. Mein richtiger Name ist René an der Stelle, wurde eben auch schon erwähnt. Ich bin eigentlich nur mit Elliot Wellen unterwegs an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Ich feiere diese Theorie dahinter, sie ist von vielerlei Menschen sehr, sehr umstritten, ob das Ganze überhaupt funktioniert, ob das Ganze nicht funktioniert. Es funktioniert aus meiner Sicht. Ich fahre damit meine Gewinne ein. Am besten funktioniert es bei Assets, die ein bisschen mehr Volumen haben, die schon ein bisschen länger im Markt sind. Es beruht sehr, sehr viel auf Massenpsychologie, wie die sich bewegt und auf den sogenannten Fibonacci-Verhältnissen. Das Interessante, was ich daran zum Beispiel finde, ist, Fibonacci-Zahlen sind grundsätzlich überall zu finden in der Natur. Sei es im Aufbau von Wirbelstürmen, sei es in der Aufbau von unserer DNA, die teilt sich auch in 0,382er und 0,618er-Fibonacci-Verhältnis an einer gewissen Stelle. Unsere Körpergröße definiert sich stellenweise auch in Fibonacci-Einheiten. Das ist sehr, sehr interessant. Und natürlich diese psychologische... Deine Faust. Das ist Fibonacci. Das sogar auch. Sonst könntest du deine Faust nicht zu einer Faust ballen. Das Verhältnis der Längen deiner Glieder, deiner Finger ist Fibonacci. Ach, krass. Auch schon wieder was Neues dazugelernt. Wir machen hier auch noch einen Wissens-Podcast für alle da draußen. Also ihr lernt jetzt auch was über Körper, wie eine Faust ballt und sowas. Das lernt ihr alles hier. Es ist tatsächlich sehr interessant. Die Fibonacci ist wirklich überall in der Natur vorhanden und auch überall im Menschen. Deswegen, also es hat... Die Fibonacci-Zahlen sind schon eine spannende Sache. Aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich mit Elliot Wellen persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Aber gut. Deswegen habe ich mir das Lachen jetzt verkniffen, weil ich glaube, das wird in den nächsten Folgen... Irgendwann wird dieser Moment kommen und dann sitze ich hier und denke mir einfach so, ich lasse euch jetzt einfach mal machen. Ja, warum auch nicht so. Jeder hat so seine eigene Strategie. Jeder hat sein eigenes Potenzial, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Jeder tut das, womit er sich gut und womit er sich wohlfühlt. Und Elliot Wellen sind dahingehend ja auch betrachtet so hauptsächlich eher auch so als langfristige Strategie gedacht. So tiefer als Stunden, 15 Minuten Chart gehen die meisten Menschen an der Stelle nicht mit Elliot Wellen. Weil ab dann wird es auch ziemlich tricky und sehr, sehr kompliziert. Ich probiere das nämlich zurzeit selber aus, so ein bisschen auf Minuten Chart mit Elliot Wellen zu scalpen und so weiter und so fort. Weil das Scalpen, das Intraday-Traden, das interessiert mich an der Stelle auch. Nur mit Elliot Wellen wird es, wird es, wird es wirklich so ein bisschen verrückt, von wegen, was für verschiedene Kombinationsmöglichkeiten man an der Stelle hat. Ich versuche das dann auch so ein bisschen in Verbindung zu setzen mit Wyckoff Patterns, mit dem Inner Cycle Trading, Order Blocks, Fair Value Gaps. Um da so ein schönes Zwischending zu finden, dass man relativ sicher auch auf kleinen Einstiegen, auf kleinen Timeframes meine ich natürlich, dass man auf kleinen Timeframes gute Einstiege erwischt. Dann sage ich mal auf dem 15 Minuten Chart findet man den Einstieg und auf dem 4 Stunden Chart erst den Ausstieg. Das ist so ein bisschen den Weg, den ich versuche zu gehen. Was mich daran begeistert, ist nicht in erster Linie, sage ich mal, unbedingt dieses Traden an sich, sondern das Entwickeln von neuen Ideen, Wissen anhäufen. Das ist so mehr der interessante Part dahinter. Was für eine Psychologie steckt auch dahinter? Wie agieren die großen Market Maker, um die kleinen Leute zu liquidieren, um Liquidität in den Markt zu schaufeln, damit die natürlich auch immer die größten Gewinne mit einfahren? Und wie können wir als kleine Fischer an der Stelle quasi dahingehend mit agieren, dass wir entweder mit den großen Börsen traden oder mit den großen Market Maker oder wie bekommen wir unseren Krümel daraus? Das finde ich das Interessante dahinter. Und warum verlieren so viele Menschen an der Börse? Das ist so ein bisschen mein Etablissement, wo ich mich wohlfühle. Mein Weg, wie ich dahingehend gefunden habe, ist durch den großen YouTuber ungespielt. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch sogar. Der hat damals die App Crypto.com vorgestellt. Ich fand das cool. Ich fand das interessant. Dann hatte ich meinen ersten Kontakt mit Hopf und Klinkmüller Kapitalmanagement, auch abgekürzt HKCM. Und habe mir das Ganze angeguckt, was die so ein bisschen machen. Ich fand das faszinierend mit der Elliott-Wellen-Theorie. Habe mir bei denen auch mal das Abonnement gekauft. Ich habe mir gedacht, so schwer sieht das Ganze gar nicht aus. Und das geht doch bestimmt auch noch ein bisschen feiner und ein bisschen optimierter. Und seitdem bin ich quasi so dabei. Dann habe ich meinen Weg gefunden zur Tradingview. Und so hat das ganze Spiel bei mir quasi angefangen, wie ich zum Trading gekommen bin. Das klingt groß. Durch ungespielt. Eigentlich durch einen Gaming-YouTuber. Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, der hat auch nur ein einziges Mal ein Video zu Crypto.com gedreht. Was ich sehr, sehr interessant fand. Zweimal habe ich dann auch gesehen. Entschuldigung, my bad. Zweimal. Zweimal. Und mich hat das einfach angefangen, so ein bisschen zu begeistern. Und da ist das Wort Bitcoin an der Stelle wieder gefallen. Das erste Mal habe ich es in der Ausbildung gehört. Und dann hat man das auch so in Verbindung gebracht mit Darknet. Darüber kann man mit Bitcoin Sachen kaufen und so weiter und so fort. Dieses ein Bitcoin kostet 300 Euro. Da habe ich mir gedacht, was? Wer kann sich das denn leisten? So ein bisschen im ersten Ausbildungsjahr noch. So und jetzt guckt man sich den Bitcoin an und der hat bei über 60.000 Dollar gestanden. Und man denkt sich, scheiße, hättest du damals eingekauft. Das denkt man sich immer im Nachhinein. Das denkt man sich immer, ja. Das ist egal, wo du kaufst. Du wirst immer diesen Tag haben, wo du sagst, scheiße, hätte ich nicht da oder da gekauft. Darf man das überhaupt sagen? Scheiße. Egal. Wenn nicht, wird es gesperrt. Oder zensiert. 10% Verluste sind immer. Richtig. Letztens hat jemand auf WhatsApp einen Status gepostet und hat geschrieben, Wenn ihr einen Satz eurem 18-jährigen Ich sagen könntet, was wäre der? Ich habe gedacht, zwei Worte würden bei mir ausreiten. Kauf Bitcoin. Bitcoin kaufen. Weil hätte mein 18-jähriges Ich gewusst, dass es Bitcoin kaufen muss, dann wäre ich jetzt Multimilliardär. Und jetzt hätten 100 Euro Investitionen gereicht damals. Aber das ist ein guter Punkt. Es ist gut, dass ich mir, wir haben vorher, um es mal so ein bisschen zu sagen, ich und ich glaube, René hatte auch einen Zettel da liegen. Solche Punkte, das, was du zum Beispiel gerade angesprochen hast, sowas schreibe ich mir jetzt, glaube ich, immer zukünftig auf. Und dann besprechen wir das mal in so einer ganzen Folge einfach rum. Weil wir sind jetzt hier in der ersten Folge. Ich will jetzt hier nicht, René ködert hier schon vor, Benji ködert hier schon vor. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das sind so Punkte im Endeffekt. Ihr seht, in was für Diskussion, nee, nicht Diskussion, aber was themenübergreifend das hier im Endeffekt dann auch laufen soll. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu viel wegspoilern. Ich glaube, für die erste Folge ist das erste Mal so genug. Jeder hat sich vorgestellt. Ihr wisst jetzt so grob, um was es gehen wird. Ich glaube, das wird eine coole Reise, kann man schon sagen, oder? Das klingt jetzt schon, klingt so metapherhaft. Kann man schon so sagen. Ich glaube, das wird eine coole Reise. Eine Reise mit den drei Kryptotypen durch die Kryptospace. Nee, wir sind, glaube ich, eine coole Truppe. Und ja, ich glaube, wie gesagt, wird eine coole Reise werden, denke ich. Ich hoffe, ihr da draußen könnt auch eine Menge davon auf jeden Fall mitnehmen. Beziehungsweise lernt vielleicht auch viel daraus. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen oder sowas sind oder ihr irgendwelche Vorschläge habt, jederzeit in die Telegram-Gruppen von René oder von mir oder auch in die Schlongstar-Gruppe, dann reinkommen werde ich dann alles drunter natürlich verlinken, alle drei Gruppen. Und dann würde ich sagen, war's das schon mal für die erste Folge, Vorstellungsfolge. Ihr wisst, um was es jetzt geht. Und ja, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, besser gesagt. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Folge. In der nächsten Folge steigen wir richtig ein. Also mit ernsteren Themen auch so ein bisschen. So vielleicht auch so dieser Step Vergangenheit, was Benji jetzt gerade so ein bisschen angetriggert hat. Kommt vielleicht da auch viel zu sprechen. Und dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hört uns zu. Abonniert uns. Spotify, Apple und dann gerne auch auf YouTube. Wir verabschieden uns. Einen Endespruch haben wir noch nicht, glaube ich. Lassen wir uns auch einfallen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.